Es gab einen Schlager, der hieß erst sagen Sie Ja, dann sagen Sie Nein, dann sagen Sie wieder Ja, dann sagen Sie Nein. Wir wollen Ihnen diesen Schlager nun mal vorführen. Ins Ja und ins Nein teilen sich jetzt Isi Oren und Uwe Friedrichsen. Hab ich so oft bestürt? Nur einmal, wenn Sie das doch wieder haben. Ich kann das nicht verstehen. Sie, mein Herr, was fällt Ihnen ein? Ich will nach Haus. Und zwar allein. Und ich dachte, Sie mögen mich sehr. Stimmt, aber jetzt will ich mich mehr. Erst sagen Sie Nein, dann sagen Sie Ja. Also bleibt es bei Ja oder bleibt es bei Nein. Was ist? Das muss ich wissen. Erst waren Sie ganz brav und Sie waren ganz scharf. Und dann waren Sie sank und plötzlich ein Scharf. Und davon will ich nichts wissen. Ich dachte, Sie fühlen für mich Sympathie. Und nun sind Sie plötzlich ergrimpt. Und ich hab Sie gern, wenn jemand sich wie in den Dampferl zufindet. Also erst sagen Sie Nein, dann sagen Sie Ja. Also bleibt es bei Nein oder bleibt es bei Ja. Was ist? Das muss ich wissen. Hey! Frau, nur wirkt man nicht den Galopp. Nein, wie denn? Sankt muss man sein. Sankt muss man sein. Nein, nein. Nicht gleich sofort. Ist es schlimm, wenn ich so entbrenn? Liebe ist kein Kitsch ist Kitschkiss. Sagen Sie Ja, dann sagen Sie Nein. Also bleibt es bei Ja oder bleibt es bei Nein. Soll ich es bei Ihnen sehen, was ist? Das muss ich wissen. Erst waren Sie ganz brav und Sie waren ganz sank. Und dann waren Sie schlafen und dann waren Sie sank. Doch, davon kann ich es nichts wissen. Ich dachte, Sie fühlen für mich Sympathie. Und nun sind Sie plötzlich ergrimpt. Und ich hab's nicht gern, wenn jemand sich wie in den Dampferl zufindet. Ja, dann sagen Sie Nein, dann sagen Sie Ja. Auf dem Stand, das ist mein Ja oder Nein. Nein, da, da will ich es nicht wissen. Da nicht.